Ja, hallo zusammen. Heute geht es um eine besondere Form der Regulation der Genaktivität, die es nur bei Bakterien gibt, nämlich das Operon. Das wurde von Chacot und Monod entdeckt und die haben bereits 1965 den Nobelpreis dafür gekriegt. Es gibt zwei Typen von Operons, die ich jetzt vorstellen möchte anhand von zwei Beispielen. Das erste Beispiel ist das Lackoperon. Da haben wir ein Stück DNA und auf dieser DNA liegt ein Gen, das wird Regulatorgen genannt, weil damit wird ein Protein hergestellt, mithilfe dieser DNA, mithilfe dieses Gens, das was reguliert. Vor dem Regulatorgen sitzt natürlich der Promotor mit der Tata-Box. An diese Tata-Box kann die RNA-Polymerase anbinden, wie wir das kennen. Und die RNA-Polymerase transkribiert dieses Gen und es entsteht eine mRNA. Und diese mRNA wird mit Ribosomen übersetzt und es entsteht ein Protein. Es ist vielleicht wichtig, an der Stelle zu sagen, dass Bakterien zu den Prokaryoten zählen. Das sind Organismen ohne Zellkern. Wir, wir haben einen Zellkern, wir sind die Eukaryoten. Tiere, Pflanzen, alles Eukaryoten. Die Bakterien sind die Prokaryoten. Und bei denen kann die Transkription und die Translation gleichzeitig ablaufen. Weil das ja nicht aus dem Zellkern raus transportiert werden muss, gibt ja kein Zellkern. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall hier ein Protein und es wird natürlich jetzt gefaltet und kriegt dann eine spezielle Form. Und dieses Protein ist der Repressor. Der wirkt an einer ganz anderen Stelle im Genom des Bakteriums. Das sei jetzt eine andere Stelle. Da ist auch ein Promoter mit einer Tata-Box. Und da sitzen drei Gene hintereinander. Und das ist die Besonderheit. Das gibt es bei uns nicht. Bei uns hat jedes Gen einen eigenen Promoter und eine eigene Tata-Box. Bei Bakterien kommt es vor, dass drei Gene, die oder mehr Gene, alle Gene, die ein Bakterium für einen bestimmten Vorgang braucht, hintereinander sitzen und gemeinsam reguliert werden. Und die Regulatorsequenz, das ist hier dieser Operator. Und man sieht schon, da passt der Repressor wunderbar dran. Also das ist, um das zu sagen, das ist ein Stück DNA. Das ist nicht ein Protein oder sowas. Dieser Repressor kann eine bestimmte DNA-Sequenz binden. Und das macht er auch. Gut, wenn jetzt die RNA-Polymerase transkribieren möchte, dann funktioniert das nicht, weil der Operator praktisch im Weg ist. Der blockiert diese drei Gene. Im Normalfall sind also diese drei Gene durch diesen immer aktiven Repressor ausgeschaltet. Wenn jetzt das Bakterium aber glücklicherweise auf Laktose trifft. Laktose ist ein Zweifachzucker. Das soll die Laktose sein. Und er kommt in Kontakt mit dieser Laktose. Dann ist es natürlich ratsam, sofort alle Gene zu aktivieren, die für den Abbau von Laktose wichtig sind. Denn die Laktose bringt jede Menge Energie, wenn man sie abbauen kann. Und die Laktose passt genau in diesen Repressor. Sobald die gebunden hat, verformt sich der Repressor und kann nicht mehr an den Operator binden. Jetzt kann die RNA-Polymerase, die drei Gene ablesen. Und es werden durch eine Translation drei Proteine hergestellt. Eine Perméase, wenn etwas permeabel ist, ist es durchlässig. Also diese Perméase erhöht die Durchlässigkeit der Zellmembran für Laktose. Das Bakterium kann also Laktose erleichtert aufnehmen. Dann eine Transacetylase, von der weiß man nicht so recht, was die macht. Also ich weiß es zumindest nicht. Sie überträgt einen Acetyl, einen Essigsäurerest. Transacetylase, das kann man aus dem Namen ablesen, aber wo das jetzt im Stoffwechsel passiert, weiß ich jetzt nicht. Die Beta-Galaktosidase wird auch benötigt für den Laktoseabbau. Ich zeige mal die Formel von Laktose. Das ist ein Zweifachzucker. Und die Beta-Galaktose schneidet den hier durch, in der Mitte, dass man die Einzelzucker hat, Galaktose und Glucose. Und jetzt kann das Bakterium diese beiden Monosaccharide, Einfachzucker, problemlos verdauen. Denn die Saccharide, den Zweifachzucker hätte sie nicht verdauen können, ohne die Beta-Galaktosidase. Ja, wenn jetzt diese Enzyme in großen Mengen hergestellt werden, dann wird die Laktose abgebaut und irgendwann ist sie dann tatsächlich weg. Und in dem Moment, in dem die abgebaut ist, verformt sich der Repressor wieder und wird wieder aktiv und schaltet die Gene ab. Das ist also ein selbstregulierendes System. Das Lackoperan ist eine sogenannte Substratinduktion. Das Substrat für diese Enzyme, für den Abbau, das schaltet die Gene an. Das heißt, sobald Laktose da ist, werden diese Gene aktiv. Wenn Laktose fehlt, sind diese Gene stumm, ohne dass da irgendjemand einen Schalterheben betätigen muss. Das funktioniert ganz von alleine, automatisch. Das Substrat, die Laktose in dem Fall, induziert, dass diese Gene angeschaltet werden. Das zweite Operon, der zweite Typ, ist das Tryp-Operon. Auch da haben wir einen Tatterbox-Promoter, einen Operator und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Gene, die gemeinsam reguliert werden. Bei dem zweiten Typ, ist der Repressor am Anfang inaktiv. Das heißt, die RNA-Polymerase kann ohne Probleme diese Gene transkribieren und stellt in Regel mithilfe dieser mRNA fünf Enzyme her und diese Enzyme werden benötigt von den Bakterien, um Tryptophan herzustellen. TRP ist die Abkürzung für Tryptophan. Tryptophan ist eine Aminosäure, die sehr wichtig ist für den Stoffwechsel. Wenn jetzt genügend Tryptophan da ist, also im Regelfall wird immer Tryptophan synthetisiert, der Repressor ist inaktiv. Wenn jetzt die Zelle voll ist mit Tryptophan, also ist genügend Tryptophan vorhanden, dann wird eines dieser Moleküle in den inaktiven Repressor reingehen und den aktivieren. Jetzt wird die RNA-Polymerase aufgehalten und die Gene werden nicht weiter abgelesen, denn es ist genügend Tryptophan da. Deshalb schaltet sich das System von selbst aus. Im ersten Fall schaltet es sich von selbst ein, hier schaltet es sich von selbst aus. Der Effekt ist also der Stopp der Tryptophan-Synthese. Und da das Endprodukt dieser Enzyme die Gene hemmt, ausschaltet, wird das Endprodukt Hemmung genannt. Also beim Lackoperon ist der Repressor aktiv, wird durch die Laktose ausgeschaltet, dann kann ausgelöst durch diese Laktose, können die drei Gene abgelesen werden und der Effekt ist, dass die Laktose abgebaut wird. Also die Laktose ist ein Induktor, der schaltet die Gene an. Beim Trypaboron ist es gerade andersrum. Da ist der Repressor inaktiv. Das Tryptophan, das Endprodukt, aktiviert den Repressor erst und dadurch wird die Tryptophan, die Genexpression für Tryptophan-Enzyme ausgeschaltet. Also ist der Effektor Tryptophan ein Inaktivator. Also Tryptophan schaltet die Gene stumm. Ja, das war's schon. Vielen Dank.